Hallo ihr Lieben, hier ist die Kiria, Kiria van de Kamp. Ich bin freiberufliche Hebamon-Coach, hauptsächlich für Frauen und ich habe angekündigt, dass ich ein neues Programm starten werde, ganz bald und zwar schon nächste Woche zum Vollmond und das heißt Hardcore Goddess, Heart, nicht hart, sondern Heart wie das Herz und Core wie der Schoß und die Göttin. Da geht es darin, deine innere Göttin zu erwecken und der Untertitel ist auch oder die unverschämte Leichtigkeit des Seins. Wenn du mir schon ein bisschen länger folgst, hast du vielleicht schon mal gehört, dass ich gesagt habe, ich bin sehr für diese Polaritäten von männlich und weiblich und ich bin überhaupt nicht für ein Gleichmachen, wir sind doch alle gleich, wir sind alle gleichwertig, aber wir sind noch lange nicht alle gleich, zum Glück nicht und ich finde es ganz wichtig, dass wir Frauen in unsere weibliche Energie kommen und überhaupt erstmal verstehen, was das überhaupt heißt und häufig ist es so, dass wir in unserem Alltag nämlich sehr viel in männliche Energie kommen, sehr viel in Tun und Machen und dann verlieren wir erstens unsere Leichtigkeit und zweitens unsere Sinnlichkeit und dann macht das Leben oft gar nicht mehr so viel Spaß und wird sehr stressig und in diesem Kurs, der echt nochmal was anderes sein wird, als alles, was ich bisher gemacht habe, wird es darum gehen, dich in diese unverschämte Leichtigkeit des Seins deiner sinnlichen Göttin sinken zu lassen und die zu entdecken und zu erwecken in dir. Und was ich auch zum ersten Mal mache, ist eine Masterclass dazu vorher, wo du schon mal ein bisschen schnuppern kannst und wo ich darüber reden werde, warum es in diesem Kurs gehen wird und wo ich dir auch schon mal ein bisschen was mitgeben möchte. Und diese Masterclass wird nächste Woche stattfinden am Mittwoch, den 3. Juni um 20 Uhr, ungefähr eine Stunde, man weiß nie so genau. Und ich freue mich sehr, wenn du dabei sein magst. Ich werde gleich hier noch einen Link posten, wo du dich anmelden kannst, wo du dich eintragen kannst. Dann werde ich dir da die weiteren Details schicken für diese Masterclass, wo du dann alle Infos bekommen kannst. Die werde ich auch aufzeichnen, so die Technik funktioniert. Ich kann das immer nicht garantieren. Meistens klappt es, aber es hat auch schon mal Fehler gegeben. Ich möchte natürlich nicht, dass du das verpasst, also trag dir das gerne ein. Und auch für alle, die da nicht daran teilnehmen, ist es auf jeden Fall gratis und diese Masterclass darfst du auf jeden Fall mitmachen, ohne dich für irgendwas zu verpflichten. Das wird nochmal ein, sag mal, ein höheres Level von Programm sein als alles, was ich bisher gemacht habe. Und da kannst du einfach ein bisschen schnuppern, ob dich das interessiert, ob du dafür brennst und sagst, ja, bisher fand ich alles toll, was du gemacht hast und ich möchte gerne mehr davon. Und es wird einfach wirklich in dieser Zeit darum gehen, aus dem Machen rauszukommen ins Sein. Und wie du auch so ein bisschen krisenresistent damit sein kannst. Ich habe es genannt, wie du in dieser Zeit eine Göttin wirst, die resistent ist gegen Krisen. Weil nach der Krise ist vor der Krise. Die nächste Krise kommt bestimmt. Und wie kannst du das denn hinkriegen, dass du da trotzdem mit deiner inneren Göttin verbunden bleibst? Hallihallo! Ich freue mich, alle die zuschauen. Mein Schwester Herz und die Rosa und die Iris und die Anke. Schön, dass ihr da seid. Ja, also wenn du da bei sein magst, kannst du dich eintragen. Ich mache gleich den Link da noch rein. Und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr mir auch immer gerne im Messenger Fragen stellen oder auch drunter Fragen stellen. Auch in der Masterclass werdet ihr die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Alles Liebe und bis bald!